Schicken Sie uns einen MG42-Drupp. Lagen Sie den Kommandostarkekeiten an. Sie sollen Verstärkung schicken. Abteilen! Feldwebel! Übernehmen Sie mit drei Männern die Flanke. Ich gebe Ihnen Feuerschutz. Überprüfen Sie die Waffen. Wir wollen diesmal keine Ladehebungen. Gehen Sie in Abwehrstellung. Wir wissen, wie viele es sind. Schicken Sie uns ein MG42-Drupp.